Warum ist unser Nervensystem eigentlich so wichtig? Und das ist eine Frage, die ich auch in der Praxis gerne mit Patienten bespreche, weil wir in unserem medizinischen Modell gerne in einer sehr strukturellen Denkweise sind und gerne diese hohen Areale, die eigentlich für Gesundheit zuständig sind, die für Motorik zuständig sind, die für Verdauung zuständig sind, die für den Blutdruck zuständig sind, die für die Hormonbildung zuständig sind, so ein bisschen außen vor lassen. Und das ist etwas, was für mich jetzt nach Jahren mit den Neurowissenschaften viel zu kurz kommt. Und das ist auch etwas, was ich mit meinen Patienten immer wieder gern bespreche, dass im Grunde Gesundheit im Körper ist und im Gehirn entsteht. Und wenn wir über das Nervensystem sprechen, dann muss uns einmal klar sein, wir haben hier natürlich über das Rückenmark ein peripheres Nervensystem, was dann auch sozusagen hier über periphere Nerven bis hin in die Endorgane, und da ist das Fühlen, da ist die Sensibilität, da ist warm, kalt, Vibration, Schmerz, diese ganzen Themen, aber auch einfach nur Berührung dabei. Da ist auch Schmerzwahrnehmung und Schmerzverarbeitung dabei. Das ist sozusagen, haben wir auf der einen Seite das periphere Nervensystem, dann haben wir sozusagen das zentrale Nervensystem, dann gibt es noch Untergliederungen in das autonome Nervensystem, wo wir dann nochmal die Gliederung mit dem Sympathikoton, dem Parasympathikoton finden, das enterische Nervensystem, was so für die Vizzerra für die Verdauung zuständig ist und so Feingliederungen, Divisionen dieser Systeme. Für den Alltag ist es deshalb so wichtig, weil unser Körper immer nur so gut ist wie die Integrität des Nervensystems. Und das gilt für das Denken, das gilt für das Fühlen, das gilt für die Hormonbildung, das gilt für das Immunsystem, das gilt vor allem aber auch für Motorik. Und die meisten motorischen Themen folgen eben einer gewissen Neurologie. Beispielsweise kann es sein, dass wenn ich in verschiedenen Arealen meines peripheren oder meines zentralen Nervensystems Störungen habe, dass der Input, den ich erfahre, und hier ist es im Grunde wie in der IT, wie in der Rechenformel, Garbage in ist gleich Garbage out. Das heißt, habe ich irgendeine Rechenformel, wo ein Schritt fehlerhaft ist, ist alles, was danach kommt und vor allem das Ergebnis ebenfalls fehlerhaft. Wenn ich irgendwo entlang dieser Achse vom Rezeptororgan, vom Nervenende sozusagen, der die Welt empfängt und das ist einmal natürlich über Photonen, das ist so auditive Wellen, die wir in Form von Druck über das Trommelfeld dann weiterleiten, das ist für den Geruch, das ist für den Geschmack, das ist für das Fühlen, all diese Themen. Wenn ich hier Störungen innerhalb der Leitungsbahn habe, dann ist das, was bei meinem Gehirn ankommt, weil das Gehirn per se und per Definition abgeschottet und eingebettet ist und keinen direkten Zugang zur Welt hat, ist das sozusagen die Information, das, womit es arbeiten muss. Wenn hier ein Fehler drin ist, ist der Entwurf, den mein Gehirn machen muss in das System hinein, kognitiv, immunologisch, hormonell, also endokrinologisch oder auch motorisch ebenfalls nicht optimal. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns, wenn wir mit der Arbeit mit Menschen uns befassen und mit Menschen, die in verschiedensten Formen mit Beschwerdebildern oder Herausforderungen in ihrer Gesundheit zu uns kommen, dass wir einmal das Nervensystem verstehen oder zumindest im Ansatz eine Idee darüber bekommen, wie wichtig diese Steuermechanismen sind. Von daher ist es so wichtig, dass die Integrität dieses Systems bestmöglich funktioniert. Und wenn wir über das Nervensystem sprechen, dann ist es eben nicht nur mein Ischersen, dann ist es eben nicht nur irgendwie meine Tauben oder meine Missempfindung, meine Kribbelparästhesie an den Händen oder an den Beinen, meine Missempfindung, sondern dann ist es auch so, dass das Nervensystem steuert allein über die Hirnstammareale sehr, sehr stark meine Blutdruckregulation, die Barozeption der Sinus oder der Arterien, meine Sauerstoffsättigung, meine Atemfrequenz, meine Herzfrequenz. Diese Themen werden hier gesteuert. Hier wird gesteuert, wie ist die Schmerzregulation. Hier wird gesteuert, wie ist die Thermoregulation. Hier wird gesteuert, wie ist die Ausschüttung von gewissen Hormonen, die ebenfalls mir dem Kontext dienlich sind, meinen Alltag dann entsprechend bestmöglich zu bewältigen und gute Entscheidungen zu treffen, seien sie kognitiv, seien sie emotional, seien sie motorisch. Störungen hier im System und in dem Fall vielleicht auch jetzt, weil ich mich verletzt habe, weil ich ein Trauma habe, weil ich Sprunggelenk ein Thema, weil ich ein Hüftgelenk ein Thema habe, führen dazu, dass sogenannte nozizeptive Reize, also schmerzgefärbte Reize, und jetzt heißt das, nozizeptiv müssen wir vielleicht einmal differenzieren, ein nozizeptiver Reiz ist nicht per se ein Schmerzreiz. Ein nozizeptiver Reiz ist per Definition ein Reiz, der gewebsschädigend oder potenziell gewebsschädigend ist. Das heißt also auch Störungen, dass das Gehirn wahrnimmt, ich bekomme aus meinem linken Knie, wenn ich es weiterhin so belaste, die Information, dass wenn ich das so am Laufen halte, das Gewebe zugrunde geht. Und wenn dieser Reiz ankommt, wird ein kompensatorisches Muster entwickelt, eine Schutzhaltung, eine Schonhaltung, und ich verändere geringfügig vielleicht den Beugewinkel, den Streckwinkel, die Streckgeschwindigkeit, das Abrollbild, das Sequencing, das Timing der Beinachse, um diesen Reiz aufzulösen. Das geht natürlich nur, indem ich kompensatorisch andere Strukturen überlaste. Und das geht vor allem nur, indem gewisse Bereiche meines Gehirns aktiv werden. Hier ist es der singuläre Kortex, in dem Fall der anteriore, der vordere Teil. Aber der arbeitet primär mit dem Sympathikotonen, mit dem sympathischen Nervensystem. Und hier haben wir dann natürlich auch die komplette Konsequenz, dass Substantia P ausgeschüttet wird, dass Vasopressin sich verändert, dass mein ganzer Hormonmix sich verändert, die Dopaminlevel nehmen ab. Und das hat dann sehr, sehr schnell neben dem bewegungskompensatorischen Reiz auch noch eine mentale Komponente. Das hat eine Komponente für den Schlaf, für die Verdauung. Das hat also eine vielseitige Komponente für mein ganzes System. Und eben nicht nur, dass ich hier ein anderes Bewegungsbild aneigne. Was mir natürlich zum Glück unbewusst, weil ich bin kaum imstande, diese Vielzahl an Muskeln fein zu orchestrieren. Deshalb macht das mein Gehirn sozusagen über sogenannte Central Pattern Generator. Die sind sozusagen für Reflexbewegungen wie das Laufen zuständig. Sofern muss ich mich nicht beim Laufen konzentrieren, sondern kann mich mit meinem Freund, meinem Partner, mit meinen Kindern unterhalten. Aber dieser Einfluss darauf ist etwas, was sehr sympathikoton läuft. Mit der Konsequenz, dass ich auch eher sympathikoton mein Hormonbild verschiebe. Und das hat letztendlich dann in Wundheilung, Hormonbildung, Immunlage etc. eine Konsequenz. Des Weiteren ist es so, je mehr ich in diese sympathikotonen, in diese kompensatorischen Regelkreise reingehe, umso mehr ist es eine Herausforderung, meine Frontallappen einzusetzen. Die Dopaminlevel nehmen ab und wenn ich weiß, im Frontallappen sitzt auch das Immunsystem, dann habe ich vielleicht die Tendenz, Autoimmungeschichten zu entwickeln. Ich habe vielleicht das Thema Allergien zu entwickeln, diese Unverträglichkeiten zu entwickeln. Ich habe gegebenenfalls so Reaktionen über Histaminverschiebungen, die dann auftauchen, die ich vorher nicht hatte. Alles das muss nicht primär mit einem akuten Schmerzthema zusammenhängen. Kann natürlich, weil Schmerz ist etwas, was einen massiven Einfluss hat. Schmerz ist immer der Moment, wo unser Gehirn die Information bekommt, hey, verändere was. Also Schmerz ist ja in weiten Sinne sozusagen auch gewissermaßen mein Freund, weil Schmerz mir sozusagen einmal mich anstößt, etwas in meinem Verhalten zu verändern. Und deshalb ist es auch so von der Betrachtung, bin ich kein Freund davon, meiner Meinung nach, diese Schmerzsymptome allzu sehr zu maskieren, indem ich jetzt sozusagen hier über Schmerzmedikation arbeite, sondern ich bin eher ein Freund davon zu hinterfragen, okay, warum taucht dieser Schmerz an der Stelle auf? Ist es das Ergebnis eines kompensatorischen Bildes? Ist es ein Primärthema? Durch eine Verletzung, durch ein Trauma? Oder ist es ein zentrales Thema, dass mein Gehirn keine saubere Information aus diesem Gelenk bekommt und somit kein Vertrauen, kein Verlass auf dieses Gelenk hat? Was zur Folge hat, dass mein Gehirn sagt, ich kann nicht genau einordnen, wie viel Winkelgeschwindigkeit, wie viel Beugegrad, wie ist es rotiert, wie ist es gestellt im Raum. Um einen potenziellen Schaden zu vermeiden, lege ich für diesen Winkelgrad ein Schmerzbild drauf und verhindere, dass ich das Gelenk in diesem Winkel benutze. Und somit habe ich nicht mal eine strukturelle Schädigung. Ich habe vielleicht hier dann einen Patienten, der sagt, ich habe Knieschmerzen, aber das MRT sagt das Knie ist in Ordnung, das Röntgen sagt das Knie ist in Ordnung. An sich ist das Knie auch unauffällig und trotzdem hat er Schmerzen. Das kann also sein, dass das Gehirn keine vernünftige Repräsentanz dieses Gelenks hat und aufgrund dieser fehlenden Repräsentanz einfach einen Schmerzreiz als Schutzmechanismus hier oben drüber legt. Und insofern kann es sein, dass hier durchaus die Pathologie, weil wenn ich hier einen Schmerzreiz auf dem Knie habe und sozusagen ein anderes Bewegungsbild generieren muss, weil ich Schmerzen empfinde und Schmerz ist stets etwas, was im Gehirn stattfindet und selten in der Struktur, dass ich mir ein anderes Bewegungsbild aneigne, was dann dazu führt, dass unter Umständen das eine Hüftgelenk früher belastet ist, anders belastet ist, dass es hier zu einem Verschleiß dieses Gelenks kommt, was aber das Ergebnis eines fehlerhaften motorischen Entwurfes ist. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dann ist im Grunde auch klar, dass nahezu jeder Therapeut mit dem Nervensystem arbeitet und auch da, so gut wie wir in der Anatomie sind, mindestens das gleiche Wissen, die gleiche Tiefe auch über das Nervensystem, über das neurologische System und eben nicht nur über die Struktur, sondern vor allem über die Funktion haben sollte, dass es uns eint mit all unseren Professionen. Und das schließt ebenso nicht nur den Ergo, den Physio, den Arzt und den Osteopath, den Chiro mit ein, das schließt genauso die Profession wie die Lokopädie mit ein, weil auch Sprechen ist etwas Motorisches. Der Sprachentwurf ist etwas, was neurologisch gesteuert wird. Das Sequencing in Sprache ist etwas, was neurologisch koordiniert wird. Die Zungenbewegung, die Lippenbewegung, all das ist etwas, was einen Entwurf braucht. Und der ist abhängig von Rezeptor Input. Wenn ich stets nur am Output arbeite, ohne dass ich sozusagen die Basis dessen in der Qualität besser mache, was mein Gehirn sozusagen als Grundlage überhaupt für diesen Ausgangsentwurf hat, werde ich immer ein Thema haben, dass ich nicht an die Performance rankomme, die ich vielleicht bräuchte. Und das eint die Behandler, wie gesagt, vom Physio bis zum Orthopäden. Das eint aber genauso gut die Verhaltenstherapeuten, das eint ebenso auch die Logopäden, die Ergotherapeuten gleichermaßen. Und vor diesem Hintergrund wird dann auch klar, warum das Nervensystem die Grundlage oder vielmehr die Integrität des Nervensystems die Grundlage dessen ist, was all unsere Behandlerprofessionen denn eint. Und warum hier eben über das Nervensystem von der Verdauung, von der Hormonbildung, von der Wundheilung, von der Motorik, von Gedankenbildern, von der Psyche, von dem Empfinden, von Emotionen, das die Basis der Gesundheit ist. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.